Ich muss meinen dritten Sturmvogel innerhalb von fünf Folgen töten, glaube ich. Der dritte? Nee, den zweiten sind wir ausgewichen, den zweiten dann. Aber das ist anscheinend besonderer, denn ich habe jetzt eine Quest bekommen, die mich eigentlich zu einem anderen Sturmvogel schickt. Ich muss von dem Blut sammeln. Und zwar sollte ich das eigentlich hier machen, von diesem Sturmvogel. Blut, was ist das hier eigentlich noch? Der hat dort so eine 27, okay. Aber, der Gobi hat gedacht, er ist schlau und geht mal hier hoch zu diesem Sturmvogel, der sogar mit einer Videosequenz angekündigt wird und eingeleitet wird. Der Kampf wird dadurch eingeleitet. Und den muss ich eh noch töten. Also, gucken wir mal, ob uns das was hilft. Das heißt, ich nehme gleich so einen Drang. Und ich gucke vorher mal, ob ich irgendwen noch was herstellen kann. Weil ein Dränke... Nee, mir fehlt fettes Fleisch. Okay, gut. Denn da hoch muss ich eh. Ich weiß noch nicht, wo das... Ich weiß noch nicht mal, wo das war. Ist das schon ein Sturmvogel? Nein, grau habe ich's. Was kommt da noch? Nur schwerer bewaffnet. Natürlich, guck mal, ich habe ein Grauer habe ich da angeschossen. Was machen die? Natürlich. So sieht's aus. Lass mich mal in Ruhe jetzt. Ich wollte das gar nicht. Ich will doch nur hier hoch. Ich will doch nur hoch zu diesem Sturmvogel. Mehr will ich doch gar nicht. Alter, ist das Amok. Verlass mich doch einfach in Ruhe jetzt. Ich bitte alle weg. Oh, leck mich. Kräcksack. Und da ist er schon, der Dicke. Okay, der ist tot. Die anderen sehen mich nicht, ne? So. Das heißt, ich habe kurz vor schon eine Aufpause. Oh. Ich mache mal hier mein Ding ins Kirchen hin. Und dann geht's auch gleich weiter. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ich hoffe wirklich. Nee, nee, ihr könnt mich nicht sehen hier. Denn ich bin versteckt. Ich bin faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Jetzt warten wir mal, bis die dann im Akro sind. So, da läuft die Zeit ab und danach sind wir in dem Akro. Und dann kann ich hoch. Und zwar hier vorne. Ich muss hier vorne irgendwie hin und muss da hoch, ne? Das heißt, ich muss mich dann hier entlang schleichen. So, sollst du gleich vorbei sein, was die suchen? So, okay. Ich kann uns schleichen. So, ich weiß nicht mehr, wie es hier hoch ging. Da ging das schon ein bisschen her. Hier falle ich blöd runter, ne? Bin ich nicht hier irgendwie ganz dubios hochgepraxelt? Glaube ich schon, ne? Hier ging es so hoch, genau. Wartet, wartet, bevor ich hier hochgehe. Ich glaube, das war das schon. Okay. Ähm. Machen wir mal folgendes. Das nehmen wir rein. Wir haben ja eh genug von dem Zeugs. Weißegal, so. Ah, shit. War bis zu früh, ne? So, und Action. Der Dicke kommt. Der Dicke kommt. Wo bist du? Da. Fuck. Genau reingeran. Hier sieht man ihn halt auch so schlecht, weil er hier noch überhaupt kein Nebel ist, ne? Ja, weil hier überhaupt kein Nebel ist. Was lauere ich denn? Weil hier viel Nebel ist. So, ich hoffe, hier kommen keine Eps mehr dazu. Oh, da ist er. So, zack, Dicke. Komm. Also. Wat? Yes. Alles klar. Okay. Ich gehe einfach die ganze Zeit hier im Kreis. Ich habe noch sieben Schuss. Naja, ich kann noch mehr herstellen. Ich muss das alles abballern bei dem. Ah, das war blöd. Boah, das macht der immer, ne? Fuck. Okay. Okay, das ist easy. Dem kann man ausweichen. Ah. Ah. Das war doch immer fahrbar. Wir sehen null. Oh. 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 Der hat auch noch ein Schutzschild, ne? Vorne dran. Warum hat der ein Schutzschild auch noch? Finde ich so krank, die Viecher. Das werde ich noch brauchen. Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. Wäre cool, wenn hier noch mehr von dem Zeugs rumstehen würde. Erstmal wieder scannen, damit ich ein bisschen besser zählen kann. Ah. 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 What? Das Problem ist, ich habe nur noch die großen Heildränke. Ah, der hat immer noch diese Teile, ne? Ah, natürlich. Warum? Genau in meine Richtung. Der Arsch. Ach, das war dumm. Da durchzulaufen war selten dämlich. Warum? Nein! Vier haben wir noch. Vier Heildränke. Oh, 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 oh. Geh weg. Nein! Hab den zwar getroffen, ne? Aber... Oh, oh, oh. Das ist ein Schutzschild. Der ist mal weg hier. Warum geht der denn jetzt die ganze Zeit Melee? Warum geht der denn jetzt die ganze Zeit Melee? Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Nein! Nein! Ich will nicht wegpicken, bitte. Zwei Heildränke haben wir noch. Oh Gott. Er ist zu schnell für mich. Der ist schneller als ich. Was soll ich denn machen? Yes. Brustpanzer weg. Jawohl. Das war wichtig. Jetzt kann er nicht mehr so gut koordinieren. Und er liegt. Liegt er da oben drauf? Immer da drauf. Das Ding auch noch weg. Scheiße. Ich hab's nicht wegbekommen. Nein. Ja, jetzt sollten wir ihn aber haben. Jetzt kann er, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Außer Melee. Okay. Okay. Okay, das darf er gerne machen. Das zieht mir nicht so viel ab. Hat der eigentlich noch irgendwas? Ah, da rechts hat er noch eins. Aber seine Rüstung ist fast komplett weg. Das heißt... Reicht das? Ja. So, erstmal wieder weg hier. Okay. 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 Wir könnten ihn schaffen. Aber das hier noch... Yes, das ist weg. Yes, der ist auch weg. Ah, jetzt geht er da unten. Oh, das ist ein... Was? Ein Typ. So, jetzt bin ich gespannt. Sammel Sturmvogelblut. Wir sind ja nicht da, wo uns die Quests eigentlich hingeschickt hätten. Wäre sehr cool von dem Spiel, wenn ich das trotzdem bekommen würde jetzt. Was haben wir? Maschinenteile? Jawohl. Das geht sogar. Cool. Sehr, sehr geil. Bringe das Brot zu Brien. Ich denke mal, das müsste eigentlich der letzte gewesen sein für diese Questreihe. Und wir können jetzt nicht vergessen, nicht weggehen, nicht weggehen, sondern oben das äh, diese eine... Ne, das eine Panorama noch, ne? Das brauchen wir noch. Das eine Panorama. Bin ich schon drin im Panorama? Ja, hier muss irgendwo das Panorama sein. Guck mal, hier wäre auch noch Health gewesen. Ich bin vom Schneematt schon total durchnässt. So, bin ich gespannt, wo hier das Panorama ist. Da oben? Da oben ist das Panorama. Seht mich sicher. Und wie komme ich hoch? Da hinten. Hier geht's hoch. Geil! Ha! Ich lebe dich fest. Hier geht's gar nicht hoch. Warte, komme ich hier nicht hoch? Möchte ich hier noch außenrum, oder was? Ja, ist klar. Yeah! Oh, wie großartig. Oh, wo wir sind. Wir sind noch nicht runterfallen. Okay. Okay. anorama abgeschlossen oder jawohl sehr sehr cool da jetzt guckt ja natürlich noch was da hinten ist das interessiert jetzt schon mich zumindest ich hoffe ich falle jetzt nicht runter eine hoch runter bitte runter bitte danke so hier hin und wenn wir schon mal hier oben sind und alles erledigt haben dann will man jetzt sicher ein bisschen umschauen ich hoffe der riesen board jetzt nicht so schnell noch mal gegen den kämpfen habe ich keinen bock wenn noch viel mehr hält gewesen habe ich alles übersehen im eifer des gefechts wäre halt krass wenn man hier für die main story nachreden muss und ich muss den dann noch mal töten das wäre echt nervig aber gut das brauche ich später noch ja ich hätte mir noch mehr viel mehr areal zur verfügung hat zur verfügung gehabt aber mal auszuweichen aber haben wir ja gar nicht gebraucht man ging ja auch so dann schön gucken net dass hier irgendwelche datenpunkte noch rumliegen und ich muss später noch mal hier ja wahrscheinlich ist hier eingestürzt und es gibt einfach gar nichts aber guck mal oh das sieht ja nice aus ist ja eine höhle oh wie geil da ist echt noch eine brutstätte oder was oh mein gott da gucken wir nächste folge warum das ist ja genial aber entweder ist eine brutstätte oder man muss da wirklich für die abschlussquests hin und ich bin jetzt schon hier ich gucke mir sein vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal bei bei bis zum nächsten mal bei 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017